Jetzt muss ich ein bisschen gucken, was mir jetzt fehlt. Mir fehlen drei Leute. Und ich bräuchte... Oh. Wie ich die immer vollkommen vergesse. Ja, die machen ein bisschen Schaden. Ich glaube, die können auch nicht angegriffen werden. Ein paar vereinzelte könnten noch durchkommen. Weil es halt auch nicht immer trifft, ne? Aber jetzt ist das ein bisschen anders getimt. Ich sehe jetzt, da stehen Lachen der Tod. Toll. Ja, das ignoriere ich dann erstmal dort. Ja, ein paar sind jetzt durchgekommen. Wir wollen nur ein bisschen mehr hier in die Nähe der Statue gehen. Und gut ist... Stand halten, Männer! Was ist deine Falle? Die Linien müssen halten! So, was habe ich? Ich habe fünf Verteidiger. Damit habe ich 25 Stück. Ich könnte einen Kriegspriester machen. Eine Elite habe ich. Hier bin ich! Und zwei Elite. Okay, dann bin ich ja schon fest. Aber ich meine echt, dass ich hier mit den Helden noch unterwegs bin. Zusätzlich. Und den Titanen vergesse ich irgendwie immer. Schande über mein Haupt. So, ich bin jetzt vollständig. Ich habe noch einmal upgraden können. Ich habe noch fünf Zerstörer erstellt. Die sind dann halt so ein bisschen immer nebenbei, ne? Man kennt's. Zerstörer sind halt einfach mega praktisch. Folgt mir! Schnell! Sofort! So. Ich müsste dich am besten irgendwie nochmal separat aufführen. Ich habe zehn Elite, zehn Älteste, zehn Kriegspriester und 25. Meine Axt war betrunken. Das möchte ich aber jetzt doch lieber so machen. Und ich will mal kurz hier gucken. Hier führt auf jeden Fall irgendwie ein Weg lang. Wird sich auch zeigen, von wo aus die denn immer kommen, ne? Ich glaube hier, von dem Gang. Okay, ist schon mal eine Kiste. Ist schon mal super. Dann wäre auch wieder ein Zwergenmonument. So, die warten jetzt kurz mal hier. Weil ich muss ja nicht von hinten reinfallen. Wenn ich ja leide, ne? Gucken wir nämlich in erster Linie so, dass, ähm... ...die Häuser kaputt sind, damit die halt keinen Nachschub machen können. ...die Ahnen rufen uns! Das ist eine Falle! Folgt mir! Schnell! Vorwärts! Auf geht's! Das hier ist auf der anderen Seite. Und los! Mir nach! Da möchte ich jetzt nicht unbedingt einfallen, weil hier sind ja auch noch diese ganzen Stufe 27er. Wer ruft, Blödsinn? Na, von da kommen die, mhm. Stand halten, Männer! Lasst sie nur kommen! Vorwärts! Und los! Oh je, oh je, oh je, oh je. Aber das geht ja noch alles. Aber das sind trotzdem zu viele. Viele, viele, viele. Die Ahnen rufen uns! Oha, kommt nur her! Die Ahnen rufen uns! Lasst sie nur kommen! Schau mal an die dran, ich dachte grad zum Moment, ich käme nicht dran. Ihr seid schwach! Oha, kommst du her! Das ist eine Falle! Das ist euer letzter Fehler! Ihr seid schwach! Hilf fort mit uns! Die Teile führt mich euch! Wer ruft mich? Geht natürlich deutlich einfacher bei diesem Helden-Dings, da brummst du damit. Aber da sollen sie ruhig wieder langlatschen. Weil... Ich kümmere mich jetzt. Mir nach! Die Ahnen rufen uns! Oh, den Krieger, zu mir! Lasst sie nur kommen! Das ist deine Falle! Müssen wir aufpassen. Das ist euer letzter Fehler! Lass uns plötzlich nicht von hinten einfallen und all meine Dings kaputt machen. Was ist deine Falle? Was ist deine Falle? Mehr davon! Los! Kampfbereit! Das ist euer letzter Fehler! Und los! So, ich denke mal, da passiert nichts, ne? Oh, ein Verteidiger ist weg! Lass sie nur kommen! Und da kommt die Nächsten, da kommen die Nächsten. Geht es los? Lass sie nur kommen! Stufe 27, das macht sich bemerkbar. Lass sie nur kommen! Oh, jetzt hört doch mal auf damit! Oh, jetzt hört doch mal auf damit! Oh, kommt nur her! Geht es los? Ich will nicht die anderen da noch irgendwie hervorrufen. Nein! Scheiße! Die Ahnen rufen uns! Zur Ehre Aonius! Das ist euer letzter Fehler! Entweckt! Das ist eine Falle! Hier bin ich! Ach, Kerle Mensch! Hätten eigentlich an mir einfach vorbei rennen können, aber nein! Die wollen ja unbedingt mit mir spielen! Ja! Ich habe einfach 20 Leute irgendwie verloren! Oh, da kommt auch schon die nächste Welle! Ich mag dieses Gebiet hier einfach nicht so! Aber es geht ja einigermaßen noch! Hier bin ich! Wo ist der Feind? Was ist deine Falle? So, jetzt muss ich mich hier erstmal wieder sammeln! Mehr davon! Los! Was ist deine Falle? Jetzt habe ich dieses eine Lager schon mal weg! Wie gut ist's! Die Ahnen rufen uns! Ja… Ja mal! Und los! Mir nach! Vorwärts! Ja, der Lager. Wo ist der Feind? Kommt mir! Kampfbereit! Mir nach! Mir nach! Ein Überfall auf die Stadt! Kommt nur her! Das ist eine Falle! Schnell! Und los! Hier bin ich! Ihr Wünscht wird gemacht! Schon unterwegs! Und los! Sie greifen die Stadt an! Mir nach! Schnell! Sie greifen die Stadt an! Die Pinserarbeit! Ein Hinterhalt! Na wartet! Einigkeit! Wird gemacht! Und los! Mir nach! Vorwärts! Folgt mir! Sofort! kann man denn hier arbeiten was wollt ihr geht es los ich dachte so, ah komm ich teile es auf etc pp und dann sind dabei welche durchgekommen ich habe es ja mit reingeschnitten denke ich auch wenn ich nichts gesagt habe ich habe vollkommen vergessen was zu sagen und ja bin ich hier verzweifelt damit beschäftigt das zu erledigen dann habe ich gehofft dass die mir ein bisschen mehr folgen und hier reinrennen, aber nein war auch nicht der Fall ich dachte wirklich so ich hatte es erst aufgeteilt gehabt und dachte so, oh das klappt ja ganz gut auch ohne aufteilen und so weiter und so fort und dann sehe ich nur so eine riesen lange Schlange und da dachte ich mir so, okay die greifen ja ja im Endeffekt lehnt er an können die das nicht reparieren schade die sind hier noch beschäftigt gut, dass ich so viele Ressourcen habe jetzt habe ich meine Zerstörer noch schnell umbringen lassen damit ich ein paar halt dort machen kann und das Schlimme ist selbst wenn sie die angreifen lasst uns anfangen ja und los mir nach das habe ich und los das kann ich ja erst mal außer Acht lassen sag ich mal von hinten einfallen so fort als Zerstörer hätte ich trotzdem gerne ach, das funktioniert geht es los? endlich wieder kämpfen oh je oh je, oh je, oh je ich sage mir hier so meine paar Zwergen für den Fall der Fälle, dass ich wieder abziehe dass dann ähm entsprechend äh für Schutz gesorgt wird, ne oh je erst mal speichern oh, ich glaube ich kann mein letztes Upgrade machen hier bin ich vorwärts Zwerge und los nur zu so, ich denke mal ich werde hier einfallen vorwärts vorwärts muss mal hier hin dann soll die das zerstören hier Stück für Stück so einer ist schon mal dort lass das doch einfach die Zerstörer machen ja das ist eine mach bloß mach bloß meine Axt macht es schon hier bin ich das ist euer letzter Fehler mehr davon los Stück 15 schon mal mehr davon los kommst nur her die sind hier beschäftigt geht es los komm ich auch mal nein was macht ihr denn was macht ihr denn geht es los geht es los oh nein 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 die Linien müssen halten oh je wir werden angegriffen geht es los vorwärts zwerge wo ist der Feind so ich habe jetzt hier zumindest keine Gebäude mehr zum zerstören vorwärts schnell ich aufpassen muss dass ich nicht plötzlich Dings angreife der Riesen das ist euer letzter Fehler lasst sie nur kommen so das haben wir jetzt können wir den Riesen angreifen und dann können wir noch im Nachhinein hier noch aufräumen die Sachen zwar nicht weil die machen gut Schaden so guck mal wie gut das klappt gegen den die Ahnen rufen uns runenkrieger zu mir kampfbereit festem Schritt vorauf könnte ich doch noch nicht lernen ne ja der ist halt nicht so spät gesehen verdammt was war das denn jetzt doch aber hey der ist erledigt aber Arne des Eisrieden kommt dann was ist eine Falle der ist ein bisschen zerstreut hier so jetzt der da ein bisschen was abgekriegt oh mein Titan ist kaputt die Ahnen rufen die Ahnen rufen uns das ist euer letzter Fehler ah schön so der ist weg ist gut zu wissen wenn man den einen umbringt dass dann noch da irgendwelche Riesen kommen mehr davon los oh je das hätte doch ganz schön in die Hose gehen können ne schnell 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 wieder noch was mir nach noch was gefunden so ui ich bin hier hochkonzentriert und völlig durch den Wind die Höhle führt hinab in dunkle Schächte jemand regt sich darin Windjalf befreien Windjalf kommt aus der Dunkelheit gewankt er sieht erschöpft aus ein Mensch nein mehr als das oder soll ich sagen wenige sagt einfach danke lieber sterbe ich in diesem Loch ja das ist ja schön kehrt heim ihr seid frei ich werde von einer wieder natürlichen Kreatur gefangen um von der nächsten befreit zu werden hütet eure Zunge Zwerg ich bin nicht gekommen um mich beleidigen zu lassen verzeiht meine Worte aber mein Leben interessiert euch doch gar nicht es geht nur um ein Wissen sei es wie es will wir müssen zurück in die Stadt da können wir reden dann lass uns gehen aber seid gewarnt wenn nun die Untoten geschlagen sind werden die Wolfsmenschen wieder aus ihren Löchern hervorkommen um das Schlachtfeld zu plündern ja wenn es weiter nichts ist mir nach sofort ach Gott oh ich hab langsam kein Mund selber mehr Mund selber Miner ah guck mal die kämpfen miteinander ist ja lustig vorwärts sofort wo waren wir denn läuft hier lang sofort der läuft ja hier lang ich hätte echt mit meiner großen Armee hier das nur wegmachen sollen hier bin ich endlich wieder kämpfen und los mir nach und los nur noch vier vier verteidiger das ist das ist eine Falle das ist euer letzter lasst uns anfangen die ahnen rufen uns dann weitert mir schnell sofort nur zu auf geht's das ist euer letzter fehler das ist eine falle meine axt war endlich wieder kämpfen und los da kommen wir hier voran vorwärts so sollte es aber eigentlich alles kein problem mehr sein da sind noch wolfsmännchen ich weiß nicht ob der da lang will oder nicht zu allem entschlossen vermutlich schon weil warum geradeaus weiterlaufen wenn das der kürzere weg ist wenn man denn doch hier noch taram taram machen kann oh marschieren los und nicht darüber endlich wieder kämpfen mit festem schritt raus sie nur kommen das ist eine falle aus das ist ein doch blindern da habe ich ja alles nach Ist schon so verlockend Aber die machen so viel Schaden Einfach Extrem viel So, Gefahr ist aber jetzt nirgendwo mehr Außer das bisschen da Und das ist ja wirklich egal So, dann kann ich Währenddessen mal mein Buch Wieder vervollständigen Hier mit den ganzen Zaubern Die ich gefunden hab Verzauberung Den hab ich schon drinne Okay Jetzt muss ich wieder gucken Neun Oh Der ist neu Dass ich den auswählen kann Und Menschen Ach, das muss ich auch noch alles sortieren Hier So Leitet Wilkow zur Stadt zurück Das ist kein Problem Bringt den Ruhnstein Vor allem findet die weiteren Teile Der Schädel des Klingenwebers Ist halt auch die Sache Das Brustpanzer eines Klingenwebers Schädel einer Klingenweber Und Beinteil eines Klingenwebers Fehlt wahrscheinlich noch eins Würde ich sagen Ich freu mich schon auf große Schlagwaffen Der nächsten Stufe Oh, kann ich ja machen Brauch ich jetzt Stufe 17 Weil jetzt Habe ich das nämlich 15 bis 23 12 bis 25 Das ist nicht Windjalf ist zurück Der Runenkrieger hat Windjalf gerettet Macht eigentlich Hatten Ja 15 bis 23 Oder 12 bis 25 Hat aber 5% mehr Geschwindigkeit Ha Schwierig Und das da Oh, das da Besser Windjalf Bei Eisen und Licht Ich hätte nie gedacht Euch wiederzusehen Ja Schön Oh, ich muss die auch noch alle anziehen Zuteil, mein König Wenn auch auf seltsame Art und Weise Wo ist er denn? Hä? Oder ist er weiter runtergelaufen? Das hatte ich gesagt Nicht, wo sie stehen Ich denke mal drauf Dass die hier weiter unten sind Ach, da Dann rede ich die jetzt erstmal mit dem Und dann kann ich immer noch Meine Leutchen einkleiden Die ich jetzt neu ausgerüstet habe Und ich brauche einen Händler Unbedingt einen Händler Was wollt ihr? Nun Windjalf Da ihr in Sicherheit seid Tritt euer wahres Anliegen zu Tage Der Feuerbahn Der Feuerbahn Wenn ich lieber sterbe Und meine Brüder in Gefahr bringe Um das Geheimnis vor einem alten Eisriesen zu bewahren Warum sollte ich es dann Einem Runenkrieg offenbaren? Weil ihr sonst weitaus größeres Unheil damit anrichtet Alter Mann Erspart mir eure Zänkereien Stimmt ihr nicht? Blutschuld zwischen uns Ich würde euch erschlagen, wo ihr steht Euers Gleichen war es doch Aber gut Ich verdanke euch mein Leben Und wohl auch das meiner Brüder Er gehört euch Nehmt den Feuerbahn Und mit ihm das geheime Wissen meiner Ahnen Mögen die Götter geben Dass euer Weg gerecht ist Lebt wohl Runendiener Gut Wir erhalten Feuerbahn Auch ein ganz praktischer Zauber Weil wir den immer anwenden können Weil der hat keine Voraussetzungen So, gut Da müsste ich ja eigentlich nur noch Meine Leutchen einkleiden Klar Guck mal, sie hat weiße Magie Sex und Leben Weiße Magie Natur Okay Und Armbrust Und weiße Magie Leben Natur Habe ich jetzt zwei Heiler? Nein Eine Hexe Ach da, schwarz Ich habe das oben gesehen Schön Weiße Magie und schwarze Magie Interessante Kombination Interessante Kombination Held und Kämpfer Gut Da bin ich soweit Und jo Von der Quest her Dürfte es so sein Dass wir jetzt wieder zurück müssen Kehrt mit dem Feuerbahn zurück Zu Elune Elune in Tirga nach Ja Das machen wir auch Bis dann Dann tschüss Eure Tai